So, das ist Baldo, Golden Retriever, 11 Jahre ist der, sehr freundlicher Hund, ich finde, dass der auch schön ist, wenn der mal ein bisschen richtig hier durchgekämmt und gewaschen ist. Guck mal, guck mal. Guck mal, der sagt schon, Mama, Mama, sagt er, guck doch. Baldo, 11 Jahre. Toller Hund. Ist ein schöner Hund. Ja. Ich kriege immer nur ein Bobbissier. Ich bin hier so, guck doch, was er an Affen macht. Ach ja, guck doch. Ja, also er sagt ganz lieber, das braucht er gar nicht sagen, das sehen wir so auch, ne? Okay, Baldo, 11 Jahre, gute Zähnchen. Ach, das wäre aber schön. Er ist auch mit Kindern gut. Guck doch. Okay, Baldo, 11 Jahre, Golden Retriever. Wollen wir hoffen, dass er ihn zu Hause findet. Was er nicht mag, ist, dass wenn, wenn natürlich er irgendwie ein Spielzeug hat oder was und dann kommt ein anderer Hund und nimmt's. Kann ich gut verstehen. Würde ich auch nicht wollen. Und der Nächste. So, jetzt bitte mal lauter hier. Ich muss mal ein bisschen schreien, ja? Also, das ist, wer? Das ist der Tor. Ein Moment, ich muss mal ausmachen, sonst höre ich nichts. Okay. Das ist die Amanda. Ja, die ist klein. Ja. Amanda ist acht Jahre alt. Das ist, was sie hat, ist ein Problem mit Biel. Hat ein Problem mit der Haut. Wo, dann? Ja, schon. Soll ein Problem mit der Haut haben? Sie hat ein Problem mit der Haut. Wahrscheinlich sind das irgendwelche Flöhe. Guck mal bei der ins rechte Ohr rein, bitte, wenn du kannst. Ja, guck mal rein. Ins rechte Ohr. Ja. Ah, alles gut. Das sah so dunkel aus, habe ich gedacht. Also, das ist ein sehr netter Hund. Und Mäulchen, gut. Mäulchen, gut für acht Jahre. Es ist sehr tranquill, oder? Unheimlich zurückhaltendes Pärlchen. Sieht gut aus. Ein schönes Mäulchen. Ja, Mäulchen. Du la sueltas aquí. No se te vaya a ningún lado. La perrera directamente y aguardar. Also, die ist so natürlich auf ihren Zwinger geprägt, dass die so gar nicht genau weiß. Man sieht das auch hinten am Spänzchen. Die hat sieben Jahre ist die mit denen. Das heißt, sie ist sieben Jahre. Nicht normalerweise, nicht aus dem Schwein, nicht aus dem Zwinger rausgekommen. Der Hund ist seit sieben Jahren in dem Zwinger. Also, du musst raus, gell? Also, Amanda, acht Jahre. Fein. Feiner, sehr freundlicher, sehr ruhiger, zurückhaltender Hund. Alle Mädchen müssen raus. Alle Mädchen müssen raus. Tschüss, Amanda. Alle Mädchen müssen raus.